Afrika Cup 2012 Gabon vs. Tunisia 31. Januar 2012 Selmkenzi Seltsam Kenzi Oterde Seltsam Kenzi Mein Tipp, Sieg für Gabon Beide Teams sind bereits eine Runde weiter und dieses Spiel hat eigentlich nur noch statistischen Wert. Tunisia hat zwei Siege und auch der Gastgeber dieser Spiele Gabon hat zwei Siege. Dieses Spiel findet in Franzeville in Gabon statt und deshalb dürfte es auch einen Heimburteil für Gabon geben. Ich denke, Gabon wird dieses Spiel gewinnen. 45, 9. Pierre Aubameyang-Elf Eric Moulon-Wi, 85, 8. Lloyd Palun plus 90, 13. Bruno Bananda-Er plus 85, 10. Daniel Kusentin Tunisia, Torwart 16. Eimen Matluti Abwehr 2 Bilel-Ifa 3 Karim-Hatwi 5 Amar-Jemal 20 Eimen Abdenur Mittelfeld 7 Jussef-Mzakni 8. Khalid-Koi 14 Medi-Troi 15 Zuhayet-Hadu-Adi, 50 Sturm 9 Ja-Zine-Chik-Haui, 66, 23 Amini-Chamiti, 46, 17 Issam-Jemal plus 46, 10 Usama-Daragi plus 50. 11. Sami Al-Aqwi